Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Punktlandung. Ich habe die Lara in mir und wir versuchen diese Saftorangen in diese Schüssel zu werfen. Das ist unser Ziel. Wie immer, das fängt an. Okay, 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 okay. Wir sind viel weiter weg. Oh! Hast du es gesehen? Ich habe rein getroffen! Gewonnen! Lara, hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Was gewinne ich jetzt? Du bist neben Flo der einzige, der jemals eine Punktlandung gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Scheiße! Nein!